ja wir rennen zum schatz weißt du was ich scheiße finde ich hab dich schon wieder voll verloren gerade ich habe gerade kurz eine neue aufnahme gestalten und ich hab dich gerade schon wieder voll verloren die verarschen ich stehe hier unten also ich stehe hier bei 40 41 süd 1454 ost das willst du jetzt angreifen und das wolltest du jetzt angreifen das ist voll das militärlager alter nicht dein fucking ernst ja klar das war das militärlager siehst du doch also wir müssen hier gar nicht hin wir müssen hier gar nicht hin aber pass auf treten hinauf ja pass auf ich muss ja überall gucken wo diese radkappen sind das werden treten sein ich muss hier hinten das nicht trotzdem mal looten weil hier gibt es garantiert waffen 100 pro ja warte warte wir gucken da gleich lasst uns erstmal einen schatz holen wir wissen was da drin ist ja warte dann lass mich jetzt mal eben mal den ort hier markieren da hinten ist nämlich noch ein militärlager alter hier und ich muss meinen scheiß wiederholen unbedingt ey da meinst wir wollen aktiv kurz looten ja also wie gesagt ich stehe jetzt hier gerade noch militär ich habe das jetzt gerade erstmal markiert auf der karte weil ich denke mal du bist wieder weiter kommt dann bist du schon wieder irgendwie weg oh scheiße kevin ja wenn kevin 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 irgendwas zu schießen ja habe ich mal ja nicht mehr überlaufen was auch da sind radkappen ja wo wolltest du eine radkappe drüben sind radkappen ja ja ich weiß warum wollen wir dann nicht einfach mal den haupteingang nehmen weil da sind keine radkappen jetzt noch eine noch eine den haupteingang den haben sie nicht gesichert glaube ich ja weniger ich bin schon fast drinnen ja ich laufe hier schon über diese künstliche holzbrücke auch hinter dir ja ich weiß mit garantiert wir sind was ach du scheiße bei den graben was dafür dünner liegen aber ich habe das gefühl die stehen auf und da steht einer in dem schutzbank du scheiße guck ich bin nicht mehr mann ich will das hier ich leck what the fuck ich glaube mal der graben oh no kevin weg hier oh fuck das sind richtig viele das sind richtig richtig viele ja ich würde ja laufen aber ich kann nicht rennen ich bin mal durch eine miene zu locken fuck das sind hunde und ne ja boah scheiße alter und ich bin auch vor bluten oh ne ok ok das war eine absolute scheißidee oh nein ich verrecke gleich ich verrecken ich verrecke doch nicht ich hab acht leben über toll alter leck mich am arsch soviel zum thema looten fern grad weg nicht wundern ah ja ich bin jetzt in diesem schatz da irgendwo eine waffe zu finden dann knall ich da alles nieder ich kann dann ewig nicht gleich hier ist rot der schatz ist rot heißt der liegt hier oh am arsch alter immer da wo die ganzen scheiß zombies sind wie kann das sein ja was haben sie mit absicht gemacht alter das ist auch voll das große gebiet wo die liegen können ne oh nein wo wüssten du warte ich komm ich das ist mit dem ton alter fucking viele zombies ey hat er jetzt erschwert ja direkt hier vorne was ist da vorne soll was sein wo getötet hm ich soll die umbringen hm wir müssen tot sein die soll ich umbringen gut war nur ne frage komm her ja oh der hat gesessen all das bier magazin armor oh ich kann munition herstellen das wäre super so den auch noch her ja hier der spritzt oh warte 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 hier leuchtet das ding rot das da schatz ach du scheiße jetzt sag mir nicht wir müssen hier graben ja wo wo ist denn jetzt genau der punkt stelle ich mal genau den punkt ja das ist so das ist so das ist so hier dieser umkreis da kann man noch ein ich gucke mal ob ich mir eine schaufel anfertigen kann das nächste irgendwo hier muss das sein hier in diesem umkreis das blöde ist das blinkt rot halten ich sehe halt nicht genau auf welchem hundertprozentigen punkt diese scheiße liegt das hat mein problem da können hier irgendwo liegen nach der straße auf der straße neben der straße irgendwo natürlich ah kacke wir müssen eine schaufel bauen oder sowas ja ich habe mir eine schaufel gebaut aber boxt den baum boxt den baum da steht auch wie gesagt nicht wo 100 total beschreibung ist das für die schatzkarte alter was war verstand dann aber stand dann noch mal bei den text liest du mal den text mal bitte durch den text nicht mehr lesen da hat man hier nur so eine dumme schatzkarte oben an nimm ich irgendwas stadt auch von wegen mit verrückten typen hier leuchtet es rot diese schatztruhe direkt auf der straße äh warte direkt auf der stadt da genau an der stelle ja ja genau ok achte mal auf die zombies ich habe ja eine schaufel ich brauche ja was ganz kurz mal oh alter boah wie viele steine alter weiß wie lange das dauert mit einer schaufel kann doch nicht sein alter leuchtet die ganze zeit alter was wohl so soll das sein guck mal auf der karte noch mal genau das hier soll der punkt sein ach toll das hier soll der punkt sein genau da zeigt er mir auf der karte halt die scheiße an mal schatz da das blinkt bis hier das ist das problem was ich gerade habe weißt du das ist das das ist das das ist das scheiße das ist das das ist das wir kriegen besuch oh kacke warte 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 warte, warte warte ich schiess mich mal vor dem bogen und mach mehr damage aber gut wir werden langsam im single von diesen scheißviechern ich habe mich vergessen wo ich angefangen hatte zu schlagen da wie weit runter ist eine straße schon unter 1000 jetzt aus auf der bühne also hinter dir das ist noch weit weg holz das ist noch gut da kommt ein zombie ok meine nächste aktie ist auch schon gleich kaputt hm sei doch hm ok keine ahnung würde sagen wir kommen später wieder ja warte ich habe ihn jetzt bei 500 angekommen jetzt lass mich hier noch aufschauen vom ist au arschgeige wie schnell die wir auch wieder aufstehen herr müller gut durchorganisiert er hat zumindest gibt es stein hat man sich heute also keine ahnung das ist hier genau die markiert stelle ist aber weil ich muss mir nämlich mal so eine blöde schaufel kräftig noch unbedingt rein weil du kommst beschissen wieder raus also man kann ich gezielt gerade runter das muss ich mal sagen dass das schon respekt also nicht so verdient aber ich habe nur fünf pfeile alter ich brauche nur mehr federn fehl kaputt da steht hier auf mal kriegt das hier die ganze straße durchgraben oder was ey so auffällig auch inzwischen ja auch zu schön gewesen so meine austausche in dem arsch da sehe ich auch nichts wirklich das ist auch gemein dass es direkt auf einer straße ist irgendwie ne ja das kann mir jetzt weiter und mein scheiß wieder um die zu fahren macht das schon mehr ok haben in die richtung damit also frage 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 bevor du jetzt hier gleich schreien wegrenzt hast du noch ein paar fehler für mich ja habe ich magst du mir die die mal vielleicht mal geben dann kann ich nämlich noch mal schnell ein paar pfeile machen dass ich jetzt hier nicht meine ja hier 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 das ist sehr schön da mache ich jetzt nämlich eben schnell noch mal ein paar pfeile bevor ich jetzt bevor wir uns gleich los machen dass wir nicht gleich die ganze munition hier verballern müssen beziehungsweise ich noch mal ein bisschen kohle ne bei kohle können wir dann später glaube ich zum metallbrennen besser gebrauchen die holz werde ich jetzt mal schwer behaupten ne das ist für was anderes für schwarzpulver und so ne noch besser da brauchen wir noch dieses andere pulver da wie heißt das dieses nitratpulver glaube ich ne aus knochen ne aus knochen die ist nitratpulver ja ich habe einen nitratpulver schon ich auch so was 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 fehlt mir jetzt ach stein fehlt mir wahrscheinlich noch mal gut ich habe jetzt erstmal 26 pfeile inklusive eine geladen das heißt 27 hast du noch steine für mich ne ne einen einen hätte ich noch warte ne warte dann kann ich hier schnell aufsammeln willst du haben? ne ich sammle jetzt hier einfach schnell die steine auf die jetzt hier rumliegen ne was ich auf jeden fall brauche ist gleich nochmal holz ich glaube ich fäll mir jetzt hier nochmal schnell den baum hier ach scheißausdauer alter können kotzen ne oey ich hab nen holzknüppel eisen verstärkt sogar naja da klingt doch schon gar nicht so schlecht wenigstens ne waffe ich fahrs nö aber das ist als ja auch nichts aber der Herr Müller ja was ne das sind immer diese Leute die ja weg erfreist ich bin einfach umwerfend das schaufeln baum um zu sagen geht irgendwie nicht nicht wirklich gut ok ne nicht wirklich das sind die steine alle weg leck mich einasch mit demnischen scheiß badrösen nehmen warum muss man einmal bei mir nix drin eigentlich jonge ich brauch steine alter das gibt's noch gar nicht ja ich bin ja gerade wieder stein zerkloppen mannach ist eh auch gleich am arsch nur die hier mal ganz kurzes haus wo bist du mhm ich bin weiter die Straße runtergelaufen an der Laterne vorbei die Laterne weißt du da geht ich mir doch los ich find's auch blöd dass sie dass ich dich hier nicht die ganze Zeit sehe also von da wo wir gekommen sind ja die Richtung ungefähr die Straße aber weiter runter warte mal ich hab dem mal eine Anfrage gescheckt als Verbündete wo kann ich das sehen geh mal auf wenn du ein Inventar öffnest mal ganz rechts auf Spieler kannst du das da irgendwie annehmen sehe ich dich dann vielleicht mal auf der Karte jaaa ja siehst mich jetzt auf der Karte äh äh nö okay ähm ob es regnet in der Wüste ne wir sind dann nicht in der Wüste doch ich seh dich jetzt in der Karte also jetzt nicht zwar oben in der Karte aber auf der Hauptkarte seh ich dich Dorin ist grad wieder auf der Straße seh ich ja gut ich hab ein Haus gefunden Herr Müller ja warte mal kurz bevor du da rein stimmst weil da laufen gern auch mal Zombies drunne rum öhh apropos Zombie ich muss mich wieder um einen kümmern hier und Headshot und Headshot weißt du warum mich diese Budi hier erinnert? die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an unser Haus was hier jetzt erstens vorher geht äh kata hm tragisch woher kommt das wohl? das ist die sein mal wieder einen Topf gefunden nur jemand der außer Atem ist kann nur Kevin sein ja Entschuldigung ich hab zu viel gefrühstückt das ist auf jeden Fall irgendwo ein Zombie ja wundert's dich? äh ich bin mal ne Etage tiefer gekommen oh hi oh hey der ist da voll gejumpt alter ah Arschkeige fick dich geh mit dem anderen Spiel hin Junge ja 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 reist da den ganzen Boden ab der fette Sack ja pass auf von da oben bin ich gerade äh runter gefallen ja achso übrigens geh mal mit hä der Kerze eingesammelt ja vor der Tür stehen wieder Zombies oh der Aufgang hier ist aber auch schon geil oh jetzt wir mussten nach da unten ne ja genau da wo die ganzen Tausend Zombies stehen ja ok ja gut das ist tagsüber die kommen wir noch umlaufen boah diese Ausdauer ne ich hasse sie gut jetzt zwischendurch nochmal Häuser ne das hier hab ich glaube ich noch nicht gelootet naja ich guck mir das halbe Auto hier mal an ob ich das looten kann oder nicht ja kann ja nicht ich hab auf jeden Fall schon wieder gut Stuff gesammelt oh ich hab hier äh ein elektrisches elektrisches Instrument das sieht aus wie so ne Zange oh das ist gut damit können wir äh Stromkabel verlegen cool that's really good man wir müssen überhaupt äh am weißen Auto vorbei hast du das weiße Auto reingebuckt? ja hab ich da hab ich das Ding ja her ähm irgendwas wollte ich sagen ich bin in letzter Zeit so vergesslich